Hallo und willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Felix Schiller. Ich möchte euch heute Packet Capturing auf Android OS vorstellen und zwar ohne Root-Zugriff. Das ist ein kleines Projekt, das bei mir abgefallen ist. Es gibt auch ein paar Apps, die das bereits machen und ich würde jetzt gerne mal erörtern, wie man das macht und was man dafür alles beachten muss. Jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Hat das mit eurer Technik zu tun oder mit meiner Technik zu tun? So, wenn man neue Präsentationstools verwendet, dann scheint das wohl dazu zu gehören. Einmal noch. Hervorragend, okay. Was sind die Voraussetzungen, um von diesem Beitrag sich was mitzunehmen heute? Grundlegendes Verständnis von OSI-Schichtenmodell und grundlegendes Verständnis vom TCP-IP-Stack, was man wahrscheinlich von den meisten Besuchern einer CCC-Veranstaltung durchaus erwarten kann, wenn man sich so im Raum umschaut. Also easy, machbar für uns. Kleine Wiederholung. Was ist Packet Capturing laut Technopedia? Intercepting a data packet that is crossing or moving over a specific computer network. Also wir fangen Datenpakete, die in unserem Computernetzwerk an unsere Netzwerkschnittstelle vorbeifliegen, greifen wir auf, um dort Informationen auszuwerten. Normalerweise macht das ein Programm für uns im TCP-Dump beispielsweise und auf einem normalen Computersystem sieht das so aus. Pakete kommen an unserer Hardware vorbei, werden von unserer Netzwerkkarte aufgefangen und der Kartentreiber übergibt die aufgefangene Netzwerkpakete an unseren Protocol-Stack. Unser TCP-IP-Stack wertet die Ethernet-Pakete, Layer-2-Pakete aus und sendet den Inhalt an unsere Applications. Der Kernel nimmt auch die Daten des Car-Drivers, die Netzwerkkpakete, die gesendet und die empfangen werden und schickt die in einen Paketfilter. Dort kann ein Netzwerkmonitor-Pro-Tool wie beispielsweise TCP-Dump die Daten abgreifen. Okay, und warum funktioniert das jetzt auf Android nicht? Android ist ja Linux und so. Wir haben bei Android keinen Zugriff auf Systemfunktionen. Wir haben bei Android keinen Zugriff von unseren Apps auf das Kernel-Layer, ohne dass wir unsere Kiste routen und unser Permission-Model in Android erlaubt nur vorgefertigte Rechte oder Rechte, die sicher sind, die von Apps definiert werden. Das heißt, wir können uns auch nicht einfach ein Recht erstellen, so, du bist jetzt unser Admin-User, du darfst jetzt auf Kernel-Space zugreifen und Netzwerkpakete mitlesen. Okay, ganz kurz zur Einführung, wie sieht das Android-Security-Model aus? Diejenigen, die sich genau damit auskennen, bitte nagelt mich nicht darauf fest, das ist nur eine grobe Übersicht. Unser Android ist ein Software-Stack auf einem Linux-Kernel. Wir haben einen Hardware-Access-Layer und die Runtime, in dem unsere Apps laufen, das Framework, das uns die Java-Umgebung bereitstellt und wir haben unsere Apps, die da oben drin laufen. Jedes Software-Layer, das übereinander auf dem Stack liegt, erfordert Zugriff auf das drunterliegende Software-Stack an. Wenn also unsere Taschenlampen-App unsere persönlichen Benutzerdaten an die Cloud senden möchte, dann muss sie dieses Recht-Permission-Internet vorher am Android-Framework anmelden. Wir müssen das bei der Installation der App bestätigen und dann vermittelt das Framework über die Runtime auf das Hardware-Access-Layer unseren Zugriff. Oder am Beispiel mit einer Kamera-App. Wir haben die Kamera-App. Die App meldet die Android-Permission-Kamera am Android-Framework an und das Android-Framework vermittelt unseren Zugriff auf Hardware, auf unsere Hardware-AP. Die dann wiederum erst den Linux-Kernel-Treiber, den Treiber, der quasi auf der Linux-Kernel-Software-Stack-Ebene vermittelt ist. Jetzt zur Vervollständigung. Was ist Routing? Beim Routing ändern wir die Systempartition und fügen eine Super-User-Binary auf System-Layer zu, die uns erlaubt, privilegierte Shell-Commands abzusenden. Also wir haben einfach eine SU-Shell, die ist schon in der Android-Debug-Bridge bei Default drin, mit dieser App, die wir uns auf die Systemplatte installieren. Dazu müssen wir die Systempartition ändern, das ist das Routing und dadurch bohren wir uns ein Loch für eine neue Command mit unserer SU-App. Wir haben also eine Super-User-App und wir haben eine Binary auf der Platte. Die Super-User-App vermittelt uns den Zugriff auf das Framework. Das Framework sagt, ja, die App darf das, weil ich habe ja diesen Zugriff auf meinem Hardware-Access-Layer und unser Super-User setzt unseren Shell-Command, unsere App ab. Somit könnten wir, können wir Netzwerkpakete abgreifen, indem wir unsere TCP-Dump-Binary auf Android, auf einen Android-Linux-Kernel kompilieren, den auf unserer Platte installieren und mit Super-User per Shell starten, dann die Daten irgendwo auf eine PCAP-File speichern und diese auslesen. So machen das die meisten Capturing-Apps. Wir wollen das ohne Systemzugriff machen. Wir wollen das ohne ein geroutetes System machen, einfach dadurch, dass wir dann auf jedem beliebigen Android-System Pakete Capturen und auch injecten können. Und das kann man machen über die VPN-Service-API, die das Android-Framework bereitstellt. Es gibt bereits, ich habe zwei Apps gefunden, die das können. Das ist SSL-Packet Capture und T-Packet Capture. Das Problem an den beiden ist, das ist Closed-Source. Das heißt, wir können nicht einfach das Capturing-System dieser App benutzen und unsere eigene schöne netzwerkfähige App, die dann tolle Sachen macht mit Packet Capturing. Da lasse ich eurer Fantasie freien Lauf, was man damit machen kann, machen. Okay, was ist also das Ziel? Das Ziel ist eine Open-Source-Implementierung dieses VPN-Capture-Mechanismus als Capture, als Inject-Service, den wir an unserer App anmelden können, starten können und da bekommen wir einfach Netzwerk-Pakete raus und können auch welche reinschreiben. Und das ganze Projekt wurde angeregt durch einen Artikel auf thegeekstuff.com, ist auch schon ein bisschen älter, aber bisher gibt es leider immer noch keine Open-Source-Implementierung, deswegen habe ich einfach einmal angefangen. Okay, VPN auf Android. Wie schon erwähnt, es ist eine API, die uns das Framework zur Verfügung stellt. die VPN-Service-AP, davon darf es genau eine Aktive geben oder keine Aktive, nicht mehrere. Das heißt, Benutzung eines VPN-Service schließt einen anderen aus. Wir können also nicht gleichzeitig VPN Capture und gleichzeitig VPN benutzen. Und das normale, das Szenario sieht so aus, wir haben einen VPN-Service, der hat Zugriff auf ein Tunnel-Interface namens TUNE, und an dieses Tunnel-Interface werden alle Ethernet-Pakete geleitet, äh, sorry, alle IP-Pakete, alle Layer-3-Pakete werden an die Tun-Schnittstelle geroutet, an unserem Service, wo wir sie abgreifen können. In einem normalen VPN-Client-Szenario, wir schreiben uns eine App für Android, die uns VPN-Zugang zur Verfügung stellt, sieht das dann so aus. Wir haben hier unser Android-Framework, unseren TCP-IP-Stack und unsere Apps, die produzieren Netzwerk-Pakete, Layer-3 auf IP-Ebene und geben sie an unser Tun-Interface. Das Tun-Interface können wir in unserem selbstprogrammierten Service abgreifen, und zwar Output und Input. Wir haben zwei File-Input-Streams, wir haben File-Input-Stream und wir haben File-Output-Stream. Ja, von dem lesen wir Daten, lesen wir Pakete, das sind Layer-3-Pakete, ja, IPv4, IPv6, da ist TCP oder UDP normalerweise drin und dann irgendein Payload. Auf der anderen Seite öffnen wir dann einen Socket-Channel zu einem Ziel-VPN-Server. Diesen Channel markieren wir als Protected, weil sonst würde der ja wieder irgendwie in unseren Netzwerk-Stack geroutet werden und kommt hinten dann bei Tun-Interface wieder raus. Ja, also markieren wir den, der darf raus. Das ist eine Funktion, die deshalb VPN, die VPN-Service-Abi unterstützt. Und dann bauen wir Verbindungen zum VPN-Server auf und wir geben dem einfach die Layer-3-Pakete. Wir schicken die Layer-3-Pakete an unseren VPN-Server, wie wir diese Verbindung handeln, ist uns in unserer App vollkommen freigestellt. Und der VPN-Server macht irgendwas damit, vermittelt die Pakete dann weiter. Wir wollen keinen Server haben, weil dann bräuchten wir diese App ja nicht. Ja, das könnte man jetzt schon machen. Wir machen einen VPN-Server und auf dem VPN-Server oder beim Proxy, wie jetzt auch im letzten Beitrag schon gesagt, können wir die Pakete abgreifen. Wir wollen ja die Pakete direkt am Gerät abgreifen und dazu verändern wir den VPN-Service. Erstmal, wir capetern alles, was durch das Toon-Interface rein und raus geht, weil wir wollen ja capetern oder injecten, je nachdem. Wir können Raw-Sockets generieren, Raw-Sockets können wir mal IP-Pakete reinschicken, die protecten wir und dann schicken wir die an den Target-Host. Wir schicken die Netzwerk-Pakete direkt an das Ziel ohne VPN-Server. Ist so eine tolle Idee, ist ziemlich einfach, kann man schnell programmieren. Ja, nee. Können wir nicht. Raw-Sockets sind Sockets, die IP-Pakete fressen. Das ist Kernel-Level. Kernel-Level dürfen wir nicht. Einzige Sachen, die wir dürfen, sind Application-Layer-Sockets. Das heißt, wir dürfen nur Application-Payload haben und den in einen Socket, entweder Socket-Channel für TCP oder Datagrams-Channel für UDP reinschicken, die wir zu einer spezifischen Adresse verbinden. Okay, also, machen wir es halt. Ja, wir lesen aus unserem Paket und aus unserem UDP-Paket, mal als Beispiel, UDP ist einfacher, weil stateless. Ja, wir lesen die Ziel-IP und den Port aus, wir öffnen eine Datagram-Channel zu unserem Ziel-Host und dann schicken wir den Payload, den wir aus unserem UDP-Paket entpacken, schicken wir in den Channel rein und das wird dann zum Ziel-Server generiert. Irgendwann kommt eine Antwort zurück und die Antwort, da packen wir wieder die Ziel-IP und den Ziel-Port außenrum, wir generieren einen Header, den haben wir uns gemerkt, als wir den Channel geöffnet haben, haben es an dem Channel hinterlegt und generieren das Paket, Check-Summen berechnen können wir ja selber machen, wir haben ja Computer. Das sieht es ungefähr so aus. Wir haben jetzt wieder unser Tunnel-Interface, davon lesen wir die einzelnen Pakete. Hier ist unser Layer-3-Paket, jetzt Beispiel mit IPv4. Wir lesen die IP-Version aus, wir lesen die Source- und Destination-IPs aus, Adressen, wir geben dem ganzen noch ein Timestamp zu, dass wir wissen, in welche Richtung, in welche Reihenfolge wir Dinge rein- und rausgelesen haben und aus dem UDP-Paket lesen wir Ziel- und Quell-Code, Quell-Port aus. Das Ganze nenne ich UDP-Flow, hinterlege es an einen Datagram-Channel, den Datagram-Channel öffne ich zu Target-Host mit meiner Ziel-IP und mit meinem Source-Port, also das Socket-Pair zum Target-Host wird aufgemacht. Dort schiebe ich den Payload rein, der Target-Host antwortet mir, beispielsweise ein DNS-Request, wo ist ccc.de und er antwortet mir mal mit der IP von ccc.de. Ich lese also, was aus dem Datagram-Channel rauskommt, lese aus meinen Flow-Daten die IP und Port-Informationen aus, generiere die Header dafür und schiebe das an mein Interface zurück. Das wird von meinem Stack wieder ausgewertet, von meinem Software-Stack ausgewertet, der Payload wird an meine Applikation korrekt ausgesandt und es funktioniert. Und das ist dann drin. Puh, ja, es ist gar nicht so einfach, aber UDP geht. Ja, UDP geht. Was mit TCP? TCP, wir haben Handshakes und wir haben Handshakes zum Aufbauen und wir haben Handshakes zum Abbauen. Wir haben Sequenznummern, wir haben Aktnummern, die wir korrekt befehligen müssen und wir haben natürlich Checksummen, die auch alle stimmen müssen und das ist nur ein Teil der ganzen Liste, die man dafür beachten muss, aber davon lassen wir uns nicht entmutigen, wir machen weiter. Wenn wir also ein TCP-Paket fälschen müssen, dann brauchen wir da ein paar Module in unserem Service drin, die uns Aufgaben abnehmen. Zum Beispiel haben wir hier einen Packet-Händler gebaut, der die Kontrollflags aus unserem TCP-Paket SYN zum Verbindungsaufbau Reset zum Verbindungsabbau erkennt. Also nehmen wir mal den normalen Fall einer TCP-Verbindung zu der Homepage von ccc.de an. Wir bekommen also ein SYN-Flag in unserem Handshake Verbindungsaufbau. Wir erkennen, es ist ein SYN-Flag. Also schicken wir an unseren Paketgenerator die Anweisung Handshake, fälsch mal bitte den Handshake. Wir fälschen senden ein SYN-AC mit korrekter Acknowledgement-Nummer des ursprünglichen Pakets zurück. Unser Interface vermittelt das an unsere Applikation beziehungsweise an unseren TCP-IP-Stack im Kernel. Der akzeptiert dieses Paket idealerweise, wenn wir es korrekt gefälscht haben. Und er gibt ein AC zurück, das wir wiederum wegwerfen, weil wir sind ja unser eigener Stack jetzt. Also alles mit Payload 0 wird hier vom Pakethändler aussortiert und die Flex ausgelesen gegebenenfalls für Verbindungsaufbau und Abbau beziehungsweise für Paketduplikate etc. Kontrollen an den Paketgenerator geschickt. Gut, die SYN- und AC-Flex, unsere Sequenznummern, unsere Acknowledgement-Nummern aus unserem TCP-State-Verkehr legen wir zusammen, wie auch beim UDP-Szenario ab in unserem Flow-Element zusammen mit Quell- und Ziel-IP und den Source-Ports und ebenfalls dazu öffnen wir einen Socket-Channel, Socket-Channel für TCP-Pakete und dann schicken wir die Payload auf den Socket-Channel raus, der Socket-Channel verbindet sich zum Ziel-Server, macht selber einen Handshake, übernimmt den Payload und fragmentiert den Payload, schickt ihn irgendwie durch den Ether, was auch immer, interessiert uns nicht. Landet beim Ziel-Host, der Ziel-Host idealerweise antwortet er darauf, was wir gesendet haben, CCC sendet die Dateien von ihrer Index-HTML und ihre schönen Bilder zurück, diese lesen wir vom Socket-Channel herunter, nehmen wieder die Daten aus dem TCP-P, Flow-Element und generieren wieder ein Paket, diesmal mit berechneten Acknowledgement und Sequenz-Nummern, das finde ich übrigens falsch, da soll das SEQ-Sinn stehen und generieren unsere Header und unsere gefälschten Pakete schreiben wir zurück ans Tool-Interface. Puh, es ist da schon ein bisschen mehr jetzt, da wird noch mehr. Okay, soweit, so gut, das können wir gerade programmiertechnisch noch bewältigen, das kriegen wir hin, in Java. ja, okay, also wir haben ja nicht nur eine Verbindung, wir haben mehrere simultane Verbindungen und da gibt es noch den Punkt der Paketfragmentierung. Bloß weil wir IP-Pakete bekommen, heißt das ja nicht, dass die nicht fragmentiert sein können. Maximale Maximum Transmission Unit bei TCP-4 ist 65 KB, glaube ich, also jede Datei, die größer als 65 KB ist, wird fragmentiert. Das müssen wir beachten, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg und wir haben natürlich multiple Verbindungen zu multiplen Hosts. Die multiplen Verbindungen können wir mit einer netten Java-Implementierung namens NIO, Network Input Output Selector, lösen und zwar können wir mit dem Selector einzelne Channel, also DataCamp Channel und Socket Channel an diesem Selektor registrieren und können aus einem Thread heraus multiple Channel verwalten. Ja, also da nimmt uns die Implementierung, die Java-Implementierung das Problem ab, wir können unseren eingebauten VPN-Server aus einem Thread betreiben, aus einem Service-Thread betreiben. Und für die Paketfragmentierung, also das Zeilen und Zusammensetzen der Pakete auf dem Hin- und auf dem Rückweg, da müssen wir die Sequenz- und Aktnummern in den entsprechenden Teilpaketen neu berechnen und da hilft nur fieses Algorithmen-Design. Das war interessanterweise der erste Punkt meiner Programmiererlaufbahn, an dem ich dann wirklich auf Pseudocode zurückgreifen musste, weil ich es nicht mehr geblickt habe. Whiteboard und Pseudocode weg vom PC. Einen Tag später hatte ich dann sowas. Das ist jetzt ein Fragment aus dem Package Generator, der mir die Fragmentierung ankommender Pakete ankommt. Unser Socket-Channel bringt mir meine Datei fertig zusammengesetzt wieder zurück und ich muss sie wieder neu zerstückeln, bevor ich sie an mein Toon-Interface gebe, damit mein Netzwerk-Stack, mein echter Netzwerk-Stack, die erneut wieder zusammensetzen kann, um meine Applikation zu geben. Also wenn meine Chunk-Size größer ist als meine Maximum-Desmitted Mission-Unit, dann fragmentiert er mir sie, setzt mir das Fragment Bit, damit mein Stack auch weiß, dass es fragmentiert ist und ruft die Subroutine zum Acknowledgement-Nummern aufrufen. Ich habe eine Acknowledgement-Nummer von Paketen, die ich noch aus diesem Flow-Channel bestätigen muss, etc., etc., etc. Ja. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn es zusammengebaut ist. Wir haben wieder unser Tunnel-Interface, von dem wir Bytes-Readen, Bytes lesen. Die Bytes lesen wir jetzt praktischerweise in unseren Decoder ein. Ich habe mich hier jetzt für das JNET Stream-Framework entschieden. Das ist ein Packet-Framework, das Stream-basiert und Java-basiert ist. Also ich muss keine Native-Libraries einbinden in meiner Android-Applikation. Und ich kann mit Data-Streams umgehen, was mir für diese Implementierung als Service sehr brauchbar ist. Alle dekodierten Pakete kopiere ich weg auf meinen Packet-Buffer. Da können dann von meiner Applikation abgegriffen werden. Meine Pakete kommen in meinen Pakethändler. Ich extrahiere die Header-Informationen. Ich baue einen Channel auf. Ich hinterlege das Flow-Element zu diesem Channel, sei es TCP, sei es UDP und registriere den Channel am Selektor oder wenn bereits geöffnet hole mir den Channel vom Selektor. Den Payload schicke ich raus. Auf der Rückseite hole ich mir, laufe ich meine Channels durch, die registriert sind, schaue, ob an denen Daten anliegen und lese die Daten, nehme mir das Flow-Element heraus, baue mir meine Pakete wieder zusammen, refragmentiere, also quasi defragmentiere meine Pakete, update entsprechend das Flow-Element mit Sequenz und Acknowledgement-Nummern. Nun generiere ich wieder die Header und die Kontrollpakete. Ich habe ein gültiges TCP-IP-Paket, wenn alles gut gelaufen ist und das schicke ich ans Doon-Interface. Und that's it. So funktioniert Paygate Capturing ohne Root auf Android über die VPN-Schnittstelle in der Theorie. Aktueller Stand ist, ich möchte eine Open-Source-Implementierung für diesen Service bereitstellen, für meine und für andere beliebige Security-Apps, Security-Enforcing oder Security-Breaking-Apps, wie ihr auch möchtet oder wer auch immer möchte. Ich habe eine Proof-of-Concept-Implementierung durchgeführt. Es funktioniert tatsächlich. Es ist nicht nur reine Theorie, es funktioniert auch wirklich. Was noch getun werden muss, sind die Paket-Fragmentierungs-Algorithmen einpflegen. Ich kann bisher nur Dateien kleiner als 65k bedienen. Und aus dem Ganzen muss natürlich aus dem Test ein Release gemacht werden, dass man dann als Alpha in die Gegend streuen kann, womit dann alle freundlichen, netten Programmierer testen und jede Menge Bug-Reports schreiben im Idealfall. und an dieser Stelle führt man immer eine Demo durch, habe ich gesehen bei der DevCon im Video und dann sagt man May the Demo Gods be with me. Da der Android-Emulator keine VPN-Schnittstelle unterstützt, mache ich das auf meinem Gerät und schaue mir die entsprechende Log-Informationen an. hdb log cat und dann starten wir den VPN ja und wir browsen auf ccc.de Hier sieht man schon jede Menge gedampfte Nachrichten. Ich lasse das Kram mal kurz durchlaufen und dann können wir das ansehen. Okay. Das ist der Output aus dem Programm TLS-Metric. Die Schriftart ist natürlich jetzt super groß. Das stelle ich kurz ein. Okay. Hier sehen wir Informationen, verdammte Informationen, eine Auswertung aus dem Framework, Source-Port, Destination-Port, Acknowledgement-Nummern, Sequenz-Nummern, die Flags und sehen immer an welchem Interface was anliegt. Also Tunnel-Interface ist das Tunnel-Interface, an dem wir unsere Daten bekommen. Und wir suchen jetzt mal ein UDP-Paket, ein DNS-Request. Beziehungsweise bitte glaubt mir, es funktioniert. Da kommen Daten rein. Ich habe da mal den Stream ein wenig aufgehübscht, im Falle, dass die Demo nicht funktioniert. Wenn man den Log-Output ansieht, dann kann man zum Beispiel solche Elemente sehen. wir haben 52 Bytes auf dem Tun-Interface gelesen, wir haben 52 Bytes gedumpt. Source 10.2.1, das ist meine Internet-Schnittstelle meines Telefonanbieters, also meiner Source-Port, wenn ich über meinen Telefonvertrag surfe. Und das ist meine Ziel-IP, das ist mein DNS-Server, DNS-Standard-Query. Ich eröffne eine Datagram-Channel mit der ID des Source-Ports zum Ziel und ich habe 24 von 24 Payload-Bytes des DNS-Requests gesendet. Wir warten kurze Zeit und irgendwann meldet der Channel-ID 5303, 40 Bytes konnten gelesen werden. Das dumpen wir und hier haben wir unsere DNS-Antwort. UDP von unserem DNS-Server an uns, 43 Bytes, dann generieren wir einen Header und den Header schicken wir weiter. Jetzt haben wir der IP. Das ist der Mitschnitt aus einem TCP-Request auf die CCC-Homepage. Hier sehen wir 60 Bytes sind am Tunnel-Interface angelegt. Wir dumpen dieses Paket, das ist ein TCP-Paket, die entsprechenden Flags werden angezeigt aus unserem Dumping-Framework. Wir machen einen Socken-Channel, Socken-Channel wird aufgemacht mit dem Port zur Ziel-IP. Wir senden das Paket nicht, weil es keinen Payload besitzt. Das war ein Control-Flag. Synflags haben wir getacted. Wir generieren einen Handshake. Den Handshake dampen wir wieder und schicken das an unser Tun-Interface. Der Handshake wird akzeptiert, denn wir bekommen ein Acknowledgement-Paket vom Tun-Interface zurück, hier mit dem Source und dem Ziel-Port. Unser Channel ist noch nicht schreibbar, weil er noch aufgebaut wird, also müssen wir warten. Beziehungsweise Quatsch, das Paket wird nicht rausgeschickt, wir haben 498 Bytes von ccc.de an unserem TCP-Request, den schicken wir raus an unseren Channel. Wir warten, bis unser Channel writable ist und schicken den raus. Kurze Zeit später kommt die Antwort von unserem Channel. Wir haben 3807 Bytes gelesen und aus denen generieren wir ein IP-Paket. Das IP-Paket wird gedumpt und wird auf unser Tunnel-Interface geschrieben. Also das ist der Logoutput eines TCP-Verbindungsaufbaus zum ccc.de in der Testimplementierung. Also ich hoffe hinreichend belegt zu haben, es funktioniert wirklich. Was gibt es jetzt noch zu tun? Die Entwicklung stagniert leider, weil ich jetzt Coden für Geld machen muss und nicht mehr Coden für Uni. Das heißt, die Zeit, ich am Computer an Quellcode verbringe, ist die Zeit, mit der ich mir meine Brötchen verdiene und deswegen stagniert die Entwicklung leider ein bisschen kurz vor Ende, was sehr schade ist. Deswegen, wenn hier kundige Android-Entwickler sind, die Lust haben, sich an den letzten Phasen des VPN-Captures zu beteiligen, bitte meldet euch, ich bin alt, schreibt mir eine E-Mail. Mein Name at posteo.de Und an dieser Stelle möchte ich meinen Vortrag beenden und Fragen von euch beantworten. Ja, bitte. Ja, Latenz ist kein Problem. Die größte Last ist das Analyse-Framework, die den Output generiert auf der DBA-Konsole. Das ist tatsächlich das Größte. Wenn ich den ausschalte, dann habe ich genug Kapazität, den Service betreiben zu können. Was aber ein Problem ist, das sind Racing Conditions. Zum Beispiel ich möchte ein Resend, meine Applikation macht ein Resend von der TCP-Anfrage auf meine Homepage, bevor mein Socket-Channel fertig geöffnet ist und ich das Paket in den Socket-Channel schreiben kann. In dem Fall muss man vorab schon Pakete in meinem Service bestätigen mit gefälschten Acknowledgement-Paketen und diese Pakete muss ich puffern, bis mein Channel bereit ist. Solche Sachen. Also Racing Conditions ist ein Problem und natürlich dann Latenzzeiten, Resend-Zeiten, beidseitiger Verbindungsabbau mit Wartezeiten, bis ich den Channel wieder schließe. Laufzeit-Mäßig. Ich habe ja wirklich ein altes Smartphone, das ist ein altes Xperia, das ist kein Problem. Ja, bitte. Dann wird der Channel, den ich geöffnet habe, nicht aufgemacht. und ich habe eine Routine drin, die die auf Timeouts killt. Das heißt, wenn mein Zielserver nicht verfügbar ist, dann ist er einfach nicht verfügbar. Da ändert sich dann für meine App, die hinter dem Tunnel-Interface steht, wenig, weil die irgendwann merkt, an meinem TCP-Paket geht nichts vor. Es wird dreimal das Paket normal gesendet und dann terminiert der Client die Verbindung, also der Stack nach dreimal Resend, ich glaube, 2,8 Sekunden ist die Resend-Zeit, killt der die Verbindung von sich aus ab und versucht dann auf, je nach Programmierung der Applikation oder nach User-Eingabe das nochmal erneut. Ich habe jetzt noch nichts mit diesem Tunnel-Zeug gemacht, aber was ist das? Ist das ein Sockel oder was kommt da an? Da kommt eine IP-Bakete an. Also an diesem Interface kann ich das bekomme ich ein File-Descriptor auf einfach ein Byte-Buffer, dort kann ich paketweise die IP-Pakete von der Schnittstelle ablesen, habe die in meinem Puffer und kann die auf denen operieren. Beantwortet das die Frage? Ja, du klingst zögerlich, okay. Darfst gerne nachfragen. Weitere Fragen? Okay, oh, ja, bitte. Ja, wenn das so, wenn die Pakete reinkommen, kann man da nicht die einfach annehmen und einfach so weiterschicken, also eigentlich einen neuen Server aufmachen oder so gewissermaßen eine neue Verbindung von diesem Zeug aufmachen und den Inhalt weiterschicken und später die Antwort wieder zurück? Ja, das passiert ja auch, wenn ich dich korrekt verstanden habe. Ja, ich meine ohne den Header nachzubauen und sowas, einfach eine neue Verbindung aufmachen und das Zeug selber ausschicken. Nein, das funktioniert deswegen nicht, weil wir nicht die Verbindung auf Raw Sockets haben. Raw Sockets nehmen IP-Pakete an. Achso. Und wir haben nur in Android haben wir wegen der Berechtigung Android Permission Internet haben wir nur Application Layer Sockets zur Verfügung. Sonst wäre es relativ einfach, das ist richtig, wir könnten einfach einen IP-Socket nehmen, einen Raw Socket nehmen und dann können wir die Pakete einfach reinschieben, Layer 3 Pakete reinschieben, Layer 3 Pakete rausbekommen, die könnten wir einfach durchreichen. Das können wir wegen dem Berechtigungsmodell nicht ohne die Kiste voll geroutet zu haben, beziehungsweise wir können es auch mit geroutet der Kiste nicht. Okay. Genau. Okay. Gut, wenn das alle Fragen dann beantwortet sind, dann möchte ich mich zur letzten Folie durchblicken. Für eure Aufmerksamkeit danken und wirklich, wäre echt toll, wenn da sich jemand meldet, das kurz vor Ende API fertigzustellen mit mir, würde mich sehr freuen. Ansonsten bin ich noch verfügbar an der Bar für weitere Fragen oder Gespräche und danke, dass ich hier beim CCC sein durfte. Ciao.